First you have to destroy the checkpoint gate, then destroy both of the armored rail containers in the terminal. Jeder kann jetzt mitspielen. Oh, meine Mine ist ganz verkehrt. Ah! Okay. Meine Mine, meine Mine, die sind, habe ich da noch einen zweiten? Ich habe noch eine geschmissen. Nein, 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 nein. Ach, jetzt kommt noch einer von hinten. Der Ben, kam von hinten. Äh, Ben, kam von hinten. Äh, ja, das hört sich irgendwie verkehrt an, äh, falsch an. Egal, mach mal weiter. So, ich will direkt einsteigen. Komm, 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 komm. Komm, ich will doch die Mine legen. Ich will das Tor zerstören da. Ja, wenn ihr auch mal Bock habt, hier Dirty Bomb zu zocken, geht auf die Seite. Wink, äh, wink, ja, wink, lol. Link ist in der Videobeschreibung. Auf die Seite gehen, Account erstellen. Toll, Pech, ja, oder Pech, ja, wollt ihr nicht. Account erstellen, Spielrunde laden, Spaß haben. So wie ich hier gerade. So nennt sich das, äh, wenn man Spaß hat. Also, so sieht das aus, wenn man Spaß hat. Man legt sich hin und kuschelt. Also, mit dem Gegner so am besten noch. Mist. Ist mir einer zuvor gekommen. Tja, laufen wir durch die Mine, Fräulein. Ey! Wo sind die denn? Hallo, wo ist mein Team? Ihr müsst da mal, okay, ihr seid da. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich hab nix gesagt, ich hab nix gesagt. Alles gut, alles gut. Ach, eigentlich wollt ich den C4 legen, da. Dann krieg ich nämlich mehr Punkte. Oh, verlaufen. Hier lang. So, wie ist das? Gezweite, ey? Hallo? Oh, ich wollt schon sagen, hier lässt ein Gegner, dann ist aber keiner. So, mal gucken, ob ich da mal ne Bombe hinlegen kann. Also, C4 halt. Nein, wo musst du denn jetzt nachladen? Yes. Oh, ne Mine. Mist, 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 Mist. Leute, Team, Team, Team. Wo ist mein Team? Sind alle tot, oder was? Sind, na. Wo bin ich denn überhaupt? Alles muss man alleine machen, jetzt kann ich wieder rennen, rennen da, ne? Och, Mann. Das haben die wieder entschärft. Oder? Ja, die sind dabei. So nicht. Hat zwar Selbstmord gemacht, aber wir haben das Ding in die Luft gejagt. Wunderbar. Also, ich hab's in die Luft gejagt. Das sind meine Punkte. Dies ist der Platz 3. Noch. Aber hochgekommen. Also, die, die PvP-Kills hier sind gar nicht so wichtig. Punkte machen. Und was wir, Sachen zerstören oder auch reparieren, wenn man da, wenn das jetzt die Map wäre mit nem Fahrzeug. So, gib Hackengas. Haben doch keine Zeit. Müssen gewinnen. Das ist aber ne schnelle Runde, doch, wenn wir das gleich gewinnen. Cool, 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 cool. Jo, da haben wir auch schon gewonnen. Ich bin Platz 3. Was will man mehr? Ja, Leute, wenn ihr auch Bock habt auf die Open Beta, wie ich schon gesagt, ne? Anmelden, runterladen, loszocken, ne? Also, ich sag mal, wenn's euch gefallen hat, auch hier, ne? Natürlich abonnieren, nicht vergessen. Daumen nach oben, liken, teilen, alles was geht. Bis dann. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.